Hallo ihr sehr lieben, wir sind hier beim NEW Musiksommer und das Wetter ist super, die Leute sind in Scharen gekommen. Die Sarah ist auch da. Sarah ist Tonfrau. Sarah darf nicht ins Bild. Und wir wünschen euch viel Spaß, schön, dass ihr da seid. War sehr gut, wie er eben schon gesagt hat, sehr chillig. So ein bisschen zum Open am Sonntag war sehr gut. Wir fanden das ganz fantastisch. Das war mal ganz was anderes beim NEW Musiksommer und ich denke auch das Publikum hat es gut gefallen, aber uns auch. War toll. Musik Ich habe es öfter schon mal gehört und war immer wieder begeistert. Wirklich, ganz toll. Ganz andere Musik. Das hat an Spanienurlaub erinnert. Also mir hat es sehr gut gefallen. Wir hatten zwar unsere Stühle mitgenommen, da wir gedacht haben, wir kriegen keine Sitzgelegenheit mehr, aber haben nette Leute hier kennengelernt. Wir hatten auch Platz am Tisch und haben uns recht dazu gesetzt. Ja, wir sind jetzt fertig. Schön, dass so viele Leute da waren. Es hat Spaß gemacht. Nach uns spielen jetzt noch die Liedermacher. Und ja, danke, dass so viele da waren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.